Fortsetzung folgt. Der Südwestfunk beginnt heute mit einer neuen Lesung. In 31 Folgen hören Sie »Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch« von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Ausgewählt, eingeleitet und gesprochen von Manfred Schradi. Ich wurde durchs Feuer wie Phönix geboren. Ich flog durch die Lüfte, wurde doch nicht verloren. Ich wandert durchs Wasser, ich reist über Land. In solchem Umschwärmen macht ich mir bekannt, was mich oft betrübet und selten ergätzt. Was war das? Ich hab's in dies Buche gesetzt. Damit sich der Leser, gleich wie ich itzt, tue, entferne der Torheit und lebe in Ruhe. Die Verse stehen auf dem Titelblatt der Erstausgabe des Simplicissimus-Romans. Sie stehen unter dem Bild eines seltsamen Wesens, dem sie gewissermaßen Stimme geben. Dieses Wesen, ein anderer Begriff, ein Name, stellt sich für die Erscheinung nicht ein, hält dem Betrachter ein aufgeschlagenes Buch hin und deutet hintergründig lächelnd mit der freien Hand auf den Inhalt. B quartzte Bります